Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. So, Lekran 2019 steht vor der Tür. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Mitarbeiter alles so an Hindernissen geplant haben. Guckt mal, da ist die Corinna. Corinna, mein Schätzchen, guten Morgen. Aufstehen. Hast du Hindernisse für mich geplant? Ja, Schätzchen, lass mich schlafen, bitte. Ja, dann suchen wir uns mal die Nächsten zusammen. Chris, das gibt's doch alles nicht. Chris, komm, hier aufstehen. Wir müssen Hindernisse planen. Komm, Junge, mach fett dich. Ey, Alter. Bis zum 28.04. im Winter, weil ich immer noch so viel Zeit suche jemand anderen. Lass mich in Ruhe weiterschauen. Jetzt reicht's mir, aber jetzt hole ich mir die ganzen harten Jungs hier aus dem Container. Das kann doch nicht wahr sein. Marvin. Marvin. Marvin, aufstehen. Hast du Hindernisse geplant? Nein, Dicker, lass mich schlafen. Mann, Mann, Mann. Ja, Lekran, ihr seht, 2019 wird's wahrscheinlich gar keine Hindernisse geben. Alle Mitarbeiter schlafen, pennen, sind noch nicht wach. Also brauchen wir euch. Ihr müsst die Hindernisse bauen. Ihr müsst für uns planen und euch unsere Ideen schicken. Wir werden das schönste Hindernisse prämieren. Schickt's auf unsere Facebook-Seite oder einfach an info at lake-run.de. Macht's gut. Bis bald. Euer Ingo. Ich bin Vom Ich bin Ich bin Ich bin Bis zum nächsten Mal.